Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiel, und herzlich willkommen zu dieser Spontan-Podcast-Folge. Ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade mal so einen Gedanken gehabt und habe den einfach mal weitergesponnen und habe mir gedacht, hey, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und da ich schon eine solche Frage letztens erst gehört habe, möchte ich mich um das Thema Wasserflecken mit dir jetzt kümmern. Und zwar geht es um das Thema Wasserflecken und wie du sie loswirst. Und das ist eigentlich ganz kurz und knapp gesagt, aber lass uns erstmal zu meiner kleinen Story kommen. Also ich war letztens bei einem Kunden und habe mir die Wohnung angeguckt und gleich als ich reinkam, habe ich halt im Flur oben an der Decke Wasserflecken entdeckt und habe gleich darauf hingewiesen, ey, Wasserflecken, okay. Und hat der Kunde auch gleich gesagt, ja, darum geht es. Und er wohnte ja im Dachgeschoss und das war jetzt auch nicht neu. Aber dadurch, dass das Dach an manchen Stellen wahrscheinlich irgendwann mal undicht war oder hat er selber auch gesagt, da mal ein Wind wirklich den Regen sozusagen unter die Ziege getrieben hat oder so, ja, deswegen ist da halt irgendwo mal ein Leck gewesen und es hat halt Wasserflecken gegeben. So, und die erstrecken sich auf, immer mal wieder vorkommend auf der gesamten Decke. Und dann hat er mir die Küche gezeigt und an der Küche ist hinten so ein bisschen Stock dran. Also Stock ist sozusagen die Vorstufe von Schimmel, also Schimmel ist im Prinzip schon da. Ähm, nur wenn du Stock siehst, dann ist er noch sozusagen in der Aufblühungsphase, ja. Also bevor er schwarz wird oder so, ähm, siehst du halt schon einen gewissen Stock. Ähm, so. Und, ja, bevor wir uns jetzt hier weiter verzetteln, ähm, der Unterschied zum Beispiel, weil er mich gefragt hat, sind das auch Wasserflecken oder ist das Schimmel? Der Unterschied zwischen Schimmel und Wasserflecken ist, Wasserflecken sind sehr markant. Die haben markante Ränder, ja, so, ähm, du hast so Wasserränder, nennt man die auch. Und die sind sehr scharf, beziehungsweise, ähm, die sind schon mal deutlicher zu erkennen als zum Beispiel beim Stock, ähm, beim Schimmelstock. Der ist mehr so wolkig, der ist, ähm, nicht, der hat hier nicht eine klare Grenze, sondern der, der schweift so aus wie, ähm, Wolken, die am Himmel so ein bisschen ausschweifen, ja. Und, ähm, bei Wasserrennern ist da schon ein klarerer Unterschied zu sehen. Und wie du jetzt vorgehst, wenn du Wasserflecken entdeckt hast, ja, das sieht, erstens sieht das mal nicht schön aus, also ich würde es jetzt auch nicht so lassen. Und, äh, wenn das Problem schon mal weg ist, beziehungsweise die Ursache behoben ist, dazu kommen wir auch gleich, dann, ähm, warum nicht wegmachen, ja. Also, du hast einen Wasserfleck entdeckt, es ist kein Schimmel. Das Erste, was du machst, ist, äh, die Feuchtigkeit zu messen. Ja, also entweder oberflächlich mit der Hand, wenn es wirklich sehr nass ist, sehr feucht, dann ist die Ursache immer noch nicht behoben. Dann ist das immer noch ein frischer oder beziehungsweise ein neuer Wasserfleck, der, äh, aber immer noch so aktiv ist, ja, immer noch aktiv, ähm, feuchte Feuchtigkeit bekommt. Feuchte Feuchtigkeit, du weißt, was ich meine. So, und, ähm, oder du nimmst ein Gerät, ein Messgerät, ein Feuchtigkeitsmessgerät. Ja, das hat so vorne zwei Pieker dran, dann piekst du in den Untergrund. Vorher nicht mit deinen, äh, mit deinen nassen Hautfingern, ja, ähm, anfassen vorne die Spitzen, sonst, ähm, verfälschst du das Ergebnis. Aber du musst es halt, äh, sozusagen in den Untergrund so ein bisschen reinstecken. Entschuldigung, ähm, dass ich jetzt hier so ein bisschen aufstoße. Ich hab grad einen Shake getrunken. Wenn man in der Massephase ist, dann trinkt man immer einen Shake. So, und, äh, ja, dann steckst du es halt in den Untergrund rein und dann zeigt er dir sozusagen per Lämpchen an, ist es, äh, wirklich nass, ist es, äh, feucht, ist es eher trocken, ja. Und, ähm, wenn es eher trocken ist, dann muss die Ursache schon behoben sein, beziehungsweise es ist auf jeden Fall nicht mehr feucht und könnte ein alter Flex sein. Also könnte man schon mal denken, okay, ähm, jetzt isolieren wir den. Also nimmst du einen Isolierspray, falls es ein kleiner ist, falls es ein größerer ist, dann würde ich schon, ähm, etwas isolierende, ähm, Farbe benutzen, zum Beispiel Isolierfarbe, ja. Ähm, gibt es auch, ähm, hochwertiger in Spannungsarme, beziehungsweise spannungsfreie Farbe, die kostet allerdings ein Taler mehr. Dafür, ähm, deck die gleich beim ersten Mal, die kannst du auch als Raumfarbe benutzen, da brauchst du jetzt nicht nochmal drüber streichen, zum Beispiel, ja. Gibt es auf Sojabasis, die benutzen wir sehr gerne für so eine große Fläche, zum Beispiel, ja. Ähm, ähm, ansonsten geht auch im Kellergrund. Aber, ja, für Lösemittel bin ich jetzt auch nicht so. Deswegen, ähm, ja, macht wurschtig im Kopf und braucht jetzt auch nicht unbedingt jeder in seiner Wohnung. So, und dann, ähm, gegebenenfalls einmal bis zweimal überstreichen, dann ist die Sache geregelt. So, falls die Ursache nicht behoben ist, beziehungsweise falls es wirklich ein feuchter, ähm, feuchter Wasserfleck ist, dann sieht es rein folgendmäßig so aus. Du misst die Feuchtigkeit, okay, es ist feucht bis nass, okay. Ähm, du musst die Ursache beheben, ja. Also entweder machst du es selber, wenn es, wenn es in deiner Möglichkeit, in deiner Fähigkeit liegt, ähm, oder du holst jemanden, der es wirklich trocken legt. Also der die Ursache findet, der es trocken legt, der den Schaden sozusagen repariert. Und du kannst dich dann um den Wasserfleck kümmern. Also, die Ursache beheben lassen oder selber beheben, dann isolieren und dann gegebenenfalls einmal bis zweimal überstreichen, damit es auch wirklich wieder schön weiß oder halt farbig ist, wie du magst. So, das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich hab mir so gedacht, okay, Wasserflecken ist, ähm, für den Laien vor allen Dingen, ähm, großes Thema, weil die ja doch, ähm, relativ häufig auftreten. Also, ob jetzt im Sockelbereich, wegen Aufsteckengefeuchte oder, weil ein Mieter oben, der hat einen Wasserschaden gehabt, jetzt hast du den auch mitgehabt und jetzt, ähm, ist da ein großer Wasserfleck oder was auch immer. Ja, und deswegen hast du jetzt eigentlich alles an die Hand bekommen. Und ich würde mal sagen, ich geh jetzt ins Bett. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag, Abend, Woche, Jahr, Moda und so weiter. Und, äh, ja, viel Erfolg, dein Maler weiß Maxi. Ciao.